Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Rig Story. Heute mit dem neuen Lego-Katalog von Juni bis Dezember 2024. Hier sind die ganzen Neuheiten drin. Ich werde natürlich einerseits aus Sammlerperspektive darüber reden, aber auch aus der Händlerperspektive. Wir haben ja jetzt drüben einen eigenen Laden und da muss man natürlich auch immer entscheiden, welche Neuheiten bietet man jetzt an und welche auch nicht. Den hier habe ich jetzt bei einem lokalen Spielwarenhändler hier in der Nähe gefunden. Wir haben aber auch Leute, die zugeschickt und mir Hinweise gegeben, wo ich ihn vielleicht finden kann. Dies deshalb auch nochmal ganz dickes Danke an euch an der Stelle. Jetzt geht hier direkt los mit Dreams. Dreams ist auch tatsächlich hier auf dem Titelbild. Das sind die Dreams-Neuheiten. Ich finde das eigentlich mal ganz schön. Nicht dieses komische Gelbe, was sie vorher hatten mit den Standardbildern, sondern wirklich was, was auch hier für den Katalog gedacht ist. Ob jetzt Dreams so der alleinige Fokus sein sollte, in Legos Sicht wahrscheinlich schon, denn ich habe das Gefühl, die Reihe ist ein bisschen gefloppt. Da gab es eine eigene Serie zu, beziehungsweise jetzt kommt auch die nächste Staffel, glaube ich, gerade heraus. Die Figuren sehen schon echt cool aus. Die Teile sind auch sehr nice gemacht. Also da stecken sie tatsächlich teilweise mehr Aufwand rein, als in die Star Wars Sachen, wie ihr gleich sehen werdet. Aber hier direkt, also die Fans von Dreams werden mich jetzt hassen, aber es war die beste Entscheidung bis jetzt, glaube ich, im Shop-Dasein drüben im Museum, dass wir kein einziges Dreams-Set angeboten haben. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe einfach damals gesagt, guckt mal, wie viele Sets das sind. Wir bieten diese Sets bei uns im Laden nicht an, weil das so ein bisschen vorkam wie Hidden Side und wie Video. Und die sind ja bekanntlich auch schon sehr gefloppt. Und bis jetzt ist meine Strategie, sage ich mal, auch vollkommen aufgegangen. Es hat noch keine einzige Person nach irgendeinem Dreams-Set gefragt. Es scheint wirklich niemanden zu interessieren. Es ist sehr, sehr schade. Ich hatte eigentlich auf eine neue Reihe gehofft, die irgendwie in den Jago ein bisschen Konkurrenz machen könnte. Und an sich, ihr seht es hier, da sind auch immer B-Modelle, beziehungsweise B-Bauoptionen, je nachdem, wie man es jetzt gerne nennen möchte, dabei. Was auch eine richtig coole Idee ist. Aber, naja, als Händler muss man da halt vielleicht auch noch ein bisschen anders drauf gucken als als Fan. Mir gefallen zum Beispiel diese Figuren hier richtig gut. Dieser Adler oder Vogel oder Krähe könnte es wahrscheinlich auch sein, der da dabei ist. Sehr, sehr nice. Und die kämpfen dann halt gegen ihr Alter Ego, was quasi gerade böse geworden ist. Hier drüben geht es dann weiter mit so einem riesigen Dino-Mech von Koopa. Hier drüben dieser Nimmer-Lanz, der Mitternachts-Rabe von der Nimmer-Hexe. Für 100 Euro sieht das eigentlich ganz akzeptabel aus. Und die Hexe ist natürlich auch mega cool. Auch hier sie im Rollstuhl, wie sie dann da hinterher fliegt. Und ihr seht, die haben alle solche Hüft-Capes, was sie bei den Klon-Troopern nicht mehr machen bei Star Wars. Aber da kommen wir dann bei Star Wars gleich noch zu. Also das ist wirklich so schade. In einem 100-Euro-Set bei Dreams geht das, aber in einem 650-Euro bei Star Wars geht das nicht. Gut, aber das war auch schon ein kleiner Vorausgriff auf Star Wars. Da wird nämlich auch noch was Lustiges kommen. Diese Dreams-Neuheiten, die kennt ihr eigentlich schon alle. Das sind, glaube ich, die aus dem März gewesen. Genau. Dann haben wir, ja, genau, noch mehr Dreams-Sets. Und dann geht es eigentlich mit dem regulären Katalog los, dass sie das so vorgezogen haben. Das haben sie schon lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, wie gesagt, aber nur halt einfach mehr Fokus auf Dreams zu machen. Duplo, da haben wir ein ganz, ganz kleines Standardsortiment da. Wir haben halt die Platte, wir haben so grundsätzliche Baustein-Sets, dass man halt so die Basics da hat. Aber auch bei Duplo seht ihr, wie viel Auswahl es da gibt, in wie viele verschiedene Bereiche man reingehen kann. Hier, Pepper Pig gibt es ja jetzt auch. Da wird es auch so einen eigenen Bereich im Legoland geben, wo man dann ja ins Pepper-Pig-Land gehen kann. Ich weiß gar nicht, ob das inklusive ist mit dem Eintrittspreis vom Legoland. Vielleicht für Jahreskarten-Inhaber oder so. Ist jetzt auch nicht so das, wo ich mich rumtreiben würde. Dann geht es hier noch weiter mit Duplo. Das sind alles Sachen, die es schon bereits gibt. Hier die wilden Tiere der Welt. Das ist natürlich auch irgendwie eine coole Sache. Aber die Zielgruppe haben wir eher relativ selten im Laden. 90 Euro kostet das Ding. Ach du Schande. Ich hatte jetzt so, keine Ahnung, 60 hier mal geschätzt. Und dann hier unten 20. Die Lizenz haut da halt nochmal anders rein. Hier plus auch das bei uns im Laden. Ich versuche es größtmöglich zu ignorieren. Ich habe so kleinere Sachen. Dieses da verkauft sich manchmal. Habe ich da. Aber ich glaube, das ist dann vor allem, wenn Kinder halt in den Laden reinkommen. Und dann sehen, oh ja, das möchte ich gerne haben mit den Figuren. Dann kaufen Eltern das. Und die achten dann halt nicht drauf, wie viele Steine da jetzt wirklich drin sind. Sondern achten halt vor allem darauf, dass das was zum Spielen ist. Marvel geht es dann auch noch weiter hier. Ich glaube, das ist das einzige Set, was ich da habe. Habe ich noch kein einziges Mal verkauft, leider. Ah ja, hier geht es los mit den City-Neuheiten. Ist natürlich immer noch für Plus. Der Abschleppwagen mit Sportauto als einziges Neues hier. Friends auch noch mal 4 plus. Der Hard Lake City Kindergarten mit diesen kleineren Mikrofiguren. Hier oben neu ist dann auch noch mal Ariels Kristallhöhle und die Musikbühne. Da ist dann, ich weiß nicht, wie er heißt, diese kleine Krabbe noch mit dabei. Finde ich ganz niedlich. Aber ach, ihr seht es hier schon. Also 4 plus dieses System. Es ergibt sich mir einfach nicht. 53 Euro für diesen Moks, der da steht. Die Figuren werden halt irgendwann Schweinehunde teuer werden, weil niemand die kauft und weil die Figur eigentlich auch ganz cool ist. Und die Figuren sind hier halt immer exklusiv in diesen Sets mit dabei. Also wenn ihr das irgendwo mit 50% Rabatt bekommen solltet und Figuren sammelt, dann würde ich es dann mitnehmen. Weil ich glaube auch nicht, dass sich das so lange auf dem Markt halten wird und die Figuren kann man jetzt am günstigsten bekommen aus Sammlerperspektive. Aus Spielperspektive würde ich das nicht empfehlen. Bauplatten sind auch super gefragt, gehen immer ganz gut von diesen Basic Boxen. Da haben wir immer diese da, da, weil man dann halt so einen guten Einstieg da rein hat. Ich meine, die sind relativ ähnlich alle. Da haben wir gar nicht genug Platz zu, um die alle gleichzeitig auch noch da zu haben. Dann Stitch läuft super. Gestern ist ja auch der Simba Löwenkönig rausgekommen, haben wir auch schon welche von verkauft. Das ist halt einfach ein klasses Set für 20 Euro. Kriegt man so ein super cooles Teil. Echt schön gebaut. Gleich ist natürlich bei Stitch. Diese beiden, naja, gehen nicht so ganz so gut. Und 160 Euro für das magische Haus der Madrigals. Ich glaube, das ist ja von Encanto. Das habe ich jetzt auch nicht auf Lager. Ich habe eher ein paar Highlight-Sachen von Friends dann in dieser Größe da. Ab Juni wird es auch noch diesen Kristallpalast, Winterpalast geben von Elsa. Da kommt ja jedes Jahr ein neuer raus. Und ich verstehe jetzt so langsam auch, warum. Das ist mit die gefragteste Prinzessin hier oben drin. Die gibt es natürlich auch in einem kleineren Polybag. Beziehungsweise gab es. Ich glaube, das Polybag ist jetzt gar nicht mehr so verfügbar. Aber da werde ich ständig nachgefragt. Deshalb habe ich auch einmal jetzt diesen Kristallpalast tatsächlich auf Lager. Schmuckkästchen finde ich nicht so cool. Und der Drache für 70 Euro. Da brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Das ist viel zu teuer. Hier drüben nochmal weitere Frozen-Sets. Diese Sets kennt ihr auch schon. Vajana. Dieses, oh Mann, dieses ultimative Abenteuerschloss für 100 Euro. Ihr fragt euch. Ja, die Kenner unter euch werden es wissen. Dieses Set habe ich damals zweimal gekauft. Oder halt bestellt als Händler. Es steht immer noch zweimal bei uns rum, glaube ich. Es ist, oh Mann. Das ist er hier aber für ein besseres Set. Das Haus von oben. 55 Euro mit Rabatt. Dann 50 Euro oder sowas kann man auf jeden Fall gut mitnehmen. Das einzige Manko ist, dass es von hinten offen ist. Das ist nicht ganz so schön. So, dann geht es, ja genau, dann geht es hier los mit Friends. Da gibt es manchmal wirklich ein paar Highlights bei Friends, wie zum Beispiel diese Burg mit Ferienunterkunft. 100 Euro dafür zum Bespielen hier, wie so eine Art Puppenhaus. Das finde ich ist ein guter Deal. Vor allem, wenn man das mit Rabatten mitnimmt. Das sind ja alles Sets im freien Handel. Diese kleineren Sets laufen eigentlich auch immer ganz gut. Dann das Heartlake City Café. Finde ich auch ganz nett. Und, ja, bei Friends gibt es auch so eine Riesenauswahl. Also, da muss man wirklich schon, was weiß ich, wie viel Quadratmeter Ladenfläche haben, dass man als Laden das alles parallel anbieten kann. Ich habe halt, ja, zum Beispiel hier so ein kleines Set mit Rettungsschwimmern. Das haben wir jetzt an Neuheiten da. Für uns macht es keinen Sinn, jetzt anzufangen im Sommer. eine Skipiste mit Kaffee dort in den Laden reinzustellen, weil das eh kein Mensch kaufen wird. Hier dann die neue Wald-Serie. Das sieht eigentlich ganz lustig hier aus mit Spielen, wo man dann diese kleine Rutsche darüber nehmen kann. Die Rutsche ins Wasser ist hier dann auch noch. Weiter geht es dann mit dem Bogenschießen. Das ist auch so ein Set, das bieten wir dann an, weil wir da genau den Platz für haben. So, dann hier die Shopping Mall mit den Rolltreten. Das finde ich auch noch ein cooles Teil. Ich glaube, das ist schon das zweite Shopping Mall-Set, wo die Rolltreppen mit dabei sind. Wollte ich eigentlich unbedingt endlich mal testen, aber habe ich irgendwie nicht. Auch diese Sets sind schon ein bisschen älter. Da haben wir das baubare Hochhaus, wo man dann die einzelnen Module noch erweitern kann. Das mobile Tiny House. 65 Euro. Hier dann die Hunderettungszentrum, Fahrradrettung, die Auffangstation. Also das ist wirklich krass, was man bei Friends alles bekommt. Auch hier die Space-Ausleger sind ja auch schon seit Anfang des Jahres verfügbar. Diese Zimmer, die gehen gar nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich mehr erwartet, genauso wie von diesem Set. Das kostet 30 Euro und hat über 450 Teile dabei, meine ich. Auch das verkauft sich nicht so gut. Das ist, glaube ich, eher immer so, wenn Tiere dabei sind oder irgendwelche coolen Geräte, wie hier das Fahrrad oder sowas, dass das dann interessanter ist. Das ist auch super. Im regulären Handel gibt es jetzt auch diese kleineren Blumen-Sets. Die waren vorher exklusiv bei Lego. Wenn man das da hat an der Kasse und jemand dann irgendwie Blumen kaufen möchte, ist das eine gute Alternative zu den ganz großen Botanical-Sets, die natürlich nochmal cooler sind, aber dann direkt auch bei 40, 45 Euro anfangen. Creator. Das Haus hatte ich einmal da, hat ein Kumpel direkt gekauft. Ich finde das super schön. Ist natürlich von hinten offen. Ist auch ein Kritikpunkt, klar. Aber so ein Haus, das wäre mein Traumhaus. Also, wenn es natürlich von hinten geschlossen ist, würde ich da einziehen. Dann hier die Gießkanne. Das gemütliche Haus sind auch alles ältere Sets. Die kommen auch super hier an. Gerade die Kamera. Der Rollstuhl ist ein bisschen knallig. Aber auch die Gießkanne, die könnte man fast als Botanical 3 in 1 Set durchgehen lassen. Achterbahn, Piratenschiff immer sehr gut. Das ist dieses kleine, diese kleinen Creator-Sets hier. Ein Zehner für dieses Space Shuttle, was man in den Astronauten und noch ein anderes Shuttle umbauen kann. Richtig klasse. Den finde ich auch schön gebaut. Aber den haben wir noch kein einziges Mal verkauft, glaube ich. Weltraumachterbahn. Da muss ich sagen, finde ich jetzt die neue City-Achterbahn, die hier gleich noch kommt, ein bisschen schöner. Der Dinosaurier. Der ist jetzt neu. Dann aber auch noch hier der Löwe. Ach nee, das ist ein Tiger. Verzeihung. Der Hase, der ist auch gut. Die beiden verkaufen sich super. Das Einhorn. Der Rote Drache. Auch da super, wenn man das mal so als Mitnahmeartikel noch da hat. Ja, und dann gibt es hier noch Legoland-Bewerbung, Legoland Discovery Center. Ich bin noch nie im Legoland Discovery Center gewesen. Ich weiß gar nicht, was man da macht. Müsste ich eigentlich vielleicht mal hingehen. Und dann kommen wir zu Space. Einerseits hier Werbung für die anderen Themen rein, wo sie Space irgendwie integriert haben. Aber auch die neue Space-Minifiguren-Serie. Die ist so ein bisschen abgedreht auf den ersten Blick. Aber danach sind das echt sehr, sehr schöne Minifiguren. Highlight einerseits hier dieser kleine Alien-Tourist. Aber auch hier der mit dem UFO-Kopf. Das ist so ein extra Teil für sein, was man eben dann gibt. Hier dann auch der Emtron. Oder auch der Astronaut. Das ist die perfekte Astronauten-Figur hier drin. Mega cool. Das sind schon wirklich nette Minifiguren. Und weiterhin für eine OVP von 3,99 Euro. Halt in den Pappkartons, sodass man das nicht mehr fühlen kann. Aber ich glaube, die kann man auch noch scannen. Die haben den größeren QR-Code. Hier unten, da ist dann Werbung für die nächste Minifiguren-Serie von Dungeons & Dragons. Ihr habt zwar vielleicht mitbekommen, das Dungeons & Dragons-Set, das ist jetzt herausgekommen. Das wird dann noch mit einer Minifiguren-Serie erweitert. Auf die freue ich mich auch wirklich sehr. Die hat richtig Potenzial. Hier haben wir dann nochmal weitere City-Space-Sachen. Die kennen wir schon etwas länger. Dann die City-Meeresforscher-Sachen. Und hier dann neu im Dschungel. Das, da sind schöne Teile dabei. Hier der Tiger-Mold. Dann das Wasserflugzeug mit den zwei Krokodilen. Hier unten das Dschungelforscher-Quad. Da ist dann dieser Panda-Mold dabei. Und natürlich auch die Gorilla in dem ganz, ganz großen Set für 100 Euro. Der Banane. Ich nenne diese Doppelrotor-Flugzeug-Hubschrauber immer Banane. Ich weiß ja auch nicht, warum. Ach, guck mal. Und hier ist sogar noch der Fachhandels-Inlay drin. Beim Fachhandel gibt es dann bestimmte Sets. Wie zum Beispiel diesen Venomized, Groot. Die einzelnen Fahrzeuge. Da kommen wir halt nur unter Umwegen irgendwie dran. Das ist ein cooles Set. Der Porsche natürlich super. Aber sieht man auch daran, wie lange der schon auf dem Markt sind. Ich glaube, die beiden müssen jetzt langsam wieder vom Markt gehen. Und dann hier nochmal weitere seltene Sets. Flughafen immer gefragt. Beziehungsweise jetzt hier nur das Flugzeug. Und der Autotransporter, den fände ich auch klasse. Der hat auch relativ viele Steine dabei. Aber die UVP von 100 Euro, das ist schon sehr hart. Neu sind auch diese beiden Baugefährte. Einerseits der mobile Baukran für 110 Euro. Ich hatte damals den anderen Baukran von meinem Opa geschenkt bekommen. Deswegen habe ich da so ein bisschen Nostalgie dran. Ich muss aber sagen, rein objektiv ist der natürlich viel, viel schöner. Alleine diese Ausleger, die man so seitlich rausfahren kann. Und dass das Ding auch 68 cm hoch ist, macht schon Lust auf mehr. Denn der Raupenbagger ist auch klasse. Ist halt ein bisschen sehr, sehr teuer für 55 Flocken. City, Polizei. Die Neuheiten, die kennt ihr auch schon, sind auch schon ein bisschen älter. Hier auf der Seite von diesen Random-Sets wie Müllabfuhr oder Traktor und so weiter. Traktor natürlich immer super gefragt. Ist dann jetzt der Doppeldecker-Bus. Ich glaube, dafür haben wir auch schon welche verkauft. 30 Euro, das ist meines Erachtens nach vollkommen in Ordnung dafür. So ein Touristen-Bus halt, beziehungsweise die Mutter mit ihrem Kind, die fährt dann auch noch mit durch die Gegend, durch die Stadt. Das sind so Sets, die würde ich immer versuchen da zu haben. Also fast alle davon. Hier drüben haben wir nochmal ab August die Straßenbahn-Haltestelle für 90 Euro. Leider sparen sie sich ja inzwischen den kompletten Rundkreis. Hier ist jetzt nur noch so eine Auffahrstelle drauf, dass die Kinder halt, naja, die Lok nehmen, dann damit irgendwo auf den Teppichboden durch die Gegend fahren, wieder zurückfahren und dann hier über diese Auffahrstelle wieder in den Bahnhof reinfahren. Also so wirklich im Kreis, naja, macht Lego nicht mehr, leider, außer bei diesen elektrischen Zug-Sets. Das ist das neue Passagierzug-Set. Es ist immer noch der alte Güterzug dort drin. Fragt mich nicht, warum das so ist. Der andere ist halt exklusiv bei Lego, der parallel zu diesem herausgekommen ist. Klasse ist der Hafen. Er hat zwar ein paar Logikfehler hier mit dem Strand, wo das Kind dann hier direkt neben dem riesigen Containerschiff spielt. Aber so an sich finde ich das eine sehr, sehr coole Idee. Und ich hatte eins davon, das war direkt weg natürlich. Hat mich schon ein bisschen überrascht. Finta ist natürlich jetzt auch gerade nicht die Jahreszeit dafür. Hier die Achterbahn, von der ich vorhin gesprochen habe, die hat hier noch so einen Halbkreis mit drin. Und da ist dann auch ein Exophores-Roboter angedeutet. Das war eine Themenreihe von ganz früher und da gab es diesen natürlich auch. Den hatte ich sogar als Spielset damals. Vielleicht habe ich deswegen ja so ein bisschen die Connection dazu. Ninjago geht es auch weiter. Highlight ist natürlich hier dieser riesige Drache, Quelldrache der Bewegung. 150 Euro. Das Ding ist zwar echt groß, aber 150 Euro nur für einen Drachen ist auch schon hart. Den Thron da oben kann man abnehmen. Dann gibt es hier noch das Eismotorrad von Zane. Die Turnier-Arena. Die Kombi-Raupe des Ninja-Teams für 90 Euro. Und für 100 Euro noch den Titan-Drachen Mech. Ist dann nur eine Minifigur leider dabei. Das ist vielleicht so ein bisschen kleiner Dämpfer dafür, aber der ist riesig. Seht ihr hier alleine an diesem Rotor. Das ist der vom Dune Ornithopter nur in einer anderen Farbe. Weitere Ninjago-Sets vom Anfang des Jahres. Hier diesen Drachenstein-Tempel zum Beispiel. Sind schon nette Sachen dabei. Drachengleiter. Das sind jetzt die neuen Spinner sozusagen. Da kommt ja auch immer irgendwas Neues raus in der Preiskategorie. Was dann, naja, so als kleines Mitbringsel gedacht ist. Viele, viele Drachen und Mechs bei Ninjago immer. Da kann man auch, also muss man sagen, kann man auch fast nicht immer alles da haben auf einmal. Und Animal Crossing. Animal Crossing ist für mich eine Überraschung. Ich habe Animal Crossing nie gespielt. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Aber die Sets verkaufen sich tatsächlich schon einige Male. Dafür, dass es noch so eine relativ kleine Themenreihe ist. Und dafür, dass es auch von Nintendo ist. Und die Super Mario-Reihe von Nintendo einfach gar nicht läuft. Werden wir wahrscheinlich auch noch zukommen. Gibt es jetzt ab August zwei Neuheiten. Einerseits hier den Flug mit Dodo Airlines. Und ich glaube, der Festplatz, der müsste auch noch neu sein. Die anderen Sets sind vorher noch herausgekommen. Sind auch preislich eigentlich ganz in Ordnung. Und haben so ein bisschen Farboland-Charakter. Also zu mir sind auch schon ein paar Eltern hergekommen und haben gefragt. Ja, ist das jetzt hier das neue Farboland oder wie? Neu sind die Super Mario Starter-Sets. Gab es ja auch jetzt seit 2020, glaube ich, die Super Mario-Reihe. Und dann kam später noch Luigi und Peach dazu. Jetzt werden die Starter-Sets komplett einmal rebooted. Und, Überraschung, sind sogar mal ein Zehner billiger geworden. Dafür haben sie natürlich auch weniger Teile mit dabei. Aber man braucht diese Starter-Sets ja, um mit den anderen interaktiven Funktionen von den restlichen Sets irgendwie was anfangen zu können. Deshalb ist es vielleicht der Gedanke von Lego, dass man halt den Einstieg da so ein bisschen erleichtert. Perfekt hätte man das natürlich machen können, wenn man die Figur einfach für 30 Euro oder 20 Euro anbietet. Aber gut, man muss ja lieber den 50er verkaufen. Auch ganz nette neue Sets hier dabei. Oh, oha, was ist denn jetzt los? Hier, Super Mario ist jetzt nur auf, ja gut, fünf Seiten. Und davon sind zwei von den Starter-Paketen. Da haben sie doch schon einiges rausgeschmissen. Hier, interessant. Lego Minecraft, auch viele Neuheiten. Das muss ich jetzt sagen, seitdem wir das Museum offen haben, ist da die Nachfrage bei Minecraft echt so sehr angestiegen. Und Minecraft hat auch eine riesige Auswahl. Ihr seht es auch hier. Fünf Seiten mit viel, viel mehr Sets als bei Super Mario gerade. Alles reingeklatscht. Also man hat da wirklich, wenn man Minecraft mag und das sammelt und damit spielt, eine riesige Auswahl dabei. Highlight hier natürlich der Enderdrache mit dem Endschiff. Endlich wieder ein Enderdrachenset. Das Alte ist ja auch echt teuer geworden. Hier auch ganz nett für 15 Euro die Piratenschiffreise. Der Kirschblütengarten für 28 Euro. Der Panda, das kommt natürlich auch mal super an. Solche großen, gebauten Tiere, die dann halt direkt erkennbar sind. Ich einfach noch unverbesserlich. Ich freue mich so auf den nächsten Teil. Weil ich weiß, ich bin auch absolut nicht die Zielgruppe von diesem Film. Aber ich fand die früher immer so lustig. Hier haben wir dann das Haus von Gru und den Minions. Da sind dann auch diese neuen Super Minions dabei. Das dürfte, glaube ich, ganz lustig werden. Gru und die anderen Minions aus Legosteinen. Das ist ein komischer Name. 55 Euro. Ich weiß nicht, was mit Gru hier passiert ist. Aber so ein bisschen gruselig wirkt das schon. Minions mit dem Bananenauto und die Minions mit dem Partybus. Freue ich mich drauf auf die Sets. Hier drüben haben wir dann das Abenteuerboot von Tails. Das ist neu. Und genau, die anderen Sets. Ja, hier ist noch der Eckdrills da neu. Super. Ach, Sonic lief am Anfang relativ gut. Aber jetzt so langsam dünnt sich das ein bisschen aus. Wobei ich das Spielkonzept eigentlich ganz nett finde, muss ich ehrlich sagen. Naja, vielleicht kommt da nochmal ein bisschen was. Hier nochmal eine Seite mit Sonic. Und dann die neuen Jurassic World Sachen. Endlich gibt es einen Stegosaurus. Der sieht tatsächlich auch echt cool aus. Und hier oben dann noch der Allosaurus in so einem Transporter drin. Boah, solche Transporter finde ich immer langweilig bei Jurassic World. Dieses Teil ist eigentlich ganz nett. Der T-Rex-Kopf. Und dann noch der Baby-Ankliosaurus gebaut aus Steinen in einem anderen Maßstab. Vielleicht wird das ja auch eine neue Reihe, dass sie dann anfangen, Dinos halt als Bausets nachzumachen. Und nicht immer als gemoldete Teile. Ob das jetzt so viel Daseinsberechtigung hat, weiß ich nicht. Uh, das Set ist auch schon relativ alt hier. Duell zwischen dem Gigantosaurus und Tericinosaurus. Bei Jurassic World sind halt vor allem die Dinos gefragt. Da fragen auch immer wieder Leute, ja, habt ihr Dinos auch irgendwie einzeln? Aber leider haben wir die dann auch nur im Set meistens. Brachiosaurus ist natürlich eine super Sache. Triceratops, Hinterhalt des Dilophosaurus und auch der Angriff auf das Besucherzentrum. Das sind natürlich die Sets zum, ja, Jubiläum von, 30 Jahre Jubiläum von Jurassic Park, dem ersten Film. Harry Potter, ich kann es euch nicht erklären, warum, aber ich habe mich echt auf diese Sets gefreut. Weil bei Harry Potter ist es natürlich so, ich glaube, die alten, ja, das alte Hogwarts-System ist ja auch noch drin, wechseln sie ständig die Hogwarts-Systeme durch. Da seht ihr die grünen Dächer, die gibt es jetzt. Da gab es jetzt das alte System für zwei, drei Jahre und jetzt gibt es wieder das neue System mit grauen Dächern. Hier muss ich aber sagen, hat das fast schon eine Daseinsberechtigung. Ihr seht, die große Halle, die ist viel, viel größer als die letzte, sieht viel, viel besser aus, ist jetzt auch nicht mehr in diesem modularen Würfelsystem gedacht, sondern halt als komplett neues System und wenn da dann noch irgendwann der Gryffindor-Turm und so weiter hier noch dabei ist, wie ihr da sehen könnt, dann wird das, glaube ich, richtig gut aussehen und gleichzeitig ist es noch im Minifiguren-Maßstab. Nachteil daran ist halt der Preis. 200 Euro für ein Hogwarts-Schloss, das ist Wahnsinn für ein Spiel-Hogwarts-Schloss. Neu ist auch die Alraune, die hätte fast auch ihre Daseinsberechtigung in der Botanical-Reihe, finde ich, die finde ich auch echt nett gebaut. Ich glaube, das hier sind aber alle Sticker, das ist natürlich wieder ein Minuspunkt. Dann der Zaubertrank-Unterricht, der passt hier unten genau rein in die große Halle, was natürlich auch irgendwie Sinn macht, weil das ja in den Kerkern unten stattfindet. Das Bootshaus und den Eulenturm kann man damit dann auch schon verbinden. Und hier geht es dann weiter. Nächstes Modul für die Winkelgasse. Das hier ist jetzt im regulären Handel. Das vorherige Modul, was in diese Größe passt mit dem Weasley's Zauberhafte Zauberscherzeladen, das ist nicht im regulären Handel. Auch wieder ein bisschen verwirrend, um ehrlich zu sein. Die Sets kommen super an. 15 Euro für den Ford Anglia, 20 Euro für die Hedwig im Ligusterweg und natürlich auch Aragog. Hier Aragog, das ist das perfekte Set. Wir hatten vor einigen Jahren, ich glaube 2018 war das Aragog, auch für 20 Euro. Das sah absolut bescheuert aus. Hier für 20 Euro kriegt man die perfekte Aragog-Güte dabei. Das ist ein richtig gutes Set. Hergels Hütte, auch immer beliebt. Den Seidenschnabel, der guckt noch ein bisschen komisch. Muss ich noch mal ein bisschen auf mich wachsen lassen, würde ich sagen. Bei Batman, richtig cool, gibt es jetzt das Bad Pod. Das gab es vor langer, langer Zeit als exklusives VIP-Verlosungsset. Wollte ich immer haben, wollte ich mir auch nachbauen. Habe ich nie bekommen. Jetzt gibt es das hier nochmal in ein bisschen schöner und mit einer Batman-Baufigur obendrauf als extra normales Set für 75 Euro. Sehr, sehr coole Sache. Dann Batmobile und Harley Quinn vs. Mr. Freeze. Ach ne, Harley Quinn und Mr. Freeze. Das ist so ein Classic-Batmobile. Dann 4+, Bad Höhle für 35 Euro. Und nochmal den Batman-Mech. Die beiden Sachen laufen gut. Die Actionfiguren, genauso wie auch die Actionfiguren von Marvel, gehen gar nicht. Ab August gibt es dann hier noch weitere Sets zu den Marvel-Filmen. Ich persönlich freue mich auf die Milano. Ich mag die Milano mehr als die Benatar, weil ich den Guardians of the Galaxy film, der tatsächlich in diesem Jahr auch das 10-jährige Jubiläum schon hat. Ich kann es gar nicht packen. Ich bin richtig alt geworden. Ich liebe den einfach. Dann gibt es Groot und nochmal den tanzenden Groot im Blumentopf. Da kann man hinten dran drehen und dann bewegt er sich auch. Wird, glaube ich, auch ein ganz nettes Set sein. Hier dann die Avengers vs. Leviathan. 50 Euro für eine Hulk-Figur und noch viele andere wichtige Figuren dabei. Das ist eigentlich ein guter Deal. 100 Euro dann für dieses Set aus Age of Ultron. Auch Hulk dabei. Aber ein Build, der 100 Euro absolut nicht wert ist. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Da hätten sie was richtig Cooles noch draus machen können. Weil an sich die Idee, so diese Age of Ultron-Szene nachzubauen, wo die dann alle so über das Auto rüberspringen, ist schon cool. Ein Battle-Pack. Hier gibt es dann endlich wieder Iron Man relativ günstig für 22 Euro. Hätten sie für 15 Euro machen müssen. Aber ansonsten finde ich die Idee auch ganz nett. Hier der Quinjet. Eines der besten Sets. Ja, und diese ganzen Mechs verkauft sich eigentlich nie. Und das ist das schlimmste Set. Baby Rockets Schiff. Das läuft absolut gar nicht. Hulkbuster geht einigermaßen. Weil es halt ein Hulkbuster ist. Ist mit 50 Euro Liste aber eigentlich auch viel zu teuer. Und War Machine. War Machine in dem Mech funktioniert auch gut, weil man sonst nicht so gut an War Machine herankommt. Ach Gott. Und hier die X-Men. Absolut traurig. 85 Euro für vier Minifiguren und so einen absolut unterdurchschnittlichen X-Men Jet. Ach Mann. Das ärgert mich einfach. Weil X-Men hätten so viel Potenzial. Alleine eine neue Deadpool-Minifigur wäre krass. Zwei baubare Figuren sind dann noch. Die Freiheitsstatue. Die lief eine Zeit lang eigentlich ganz gut. Jetzt gibt es noch die Erweiterung mit Electro und Sandman dazu, die man oben draufsetzen kann. Halte ich eigentlich für eine nette Idee für die Minifiguren. Ist es auch ganz cool. Aber 105 Euro und dann nochmal 38 Euro finde ich dann doch ein bisschen zu hoch angesetzt. Hier Doc Ock Verfolgungsjagd für den 10er. Auch eine solide Sache. Miles Morales und Venom in einem Mech ist auch ganz solide für 15 Euro. Und, ach, Indiana Jones. Indiana Jones. Die Sets sind grandios. Kann ich jedem nur empfehlen für den Preis. Bei Lego gibt es eigentlich fast gar nichts Besseres mit so einer coolen Lizenz. Aber auch da muss ich sagen, in letzter Zeit haben wir davon nicht mehr so viele verkauft. Ich glaube, die Leute, die es haben wollten, haben es halt dann gekauft. Bevor sie jetzt die nächsten Super Mario Sets machen, bitte mehr von Indiana Jones. Hier haben wir dann die Mechs bei Star Wars. Neu ist jetzt der von Luke Skywalker. Habe ich auch schon zweimal verkauft jetzt tatsächlich. Ach, ich glaube, die meisten kaufen das nur für die Minifigur. Diese Mechs finde ich auch wirklich nicht so cool. Der X-Wing Mech von Luke ist halt noch ein bisschen cooler, weil er auf dem Rücken noch diese Flügel angedeutet hat. Hier unten dann die Rebellenbasis von Yavin 4. Ich empfehle es wirklich keinem. Vielleicht für die Steine. Das machen wir teilweise manchmal auch, dass wir dieses Set einmal aufmachen. Dann die Figuren alle einzeln verkaufen für Leute, die halt sagen, ich möchte jetzt nur den exklusiven Rebellen-Crew-Member hier haben. Und dann verkaufen wir die Teile aus dem Set nochmal einzeln weiter. Das geht dann wiederum eigentlich ganz gut, weil man dann halt sich das rauspicken kann von dem, was man gerne haben möchte. Aber so als 170-Euro-Set macht das einfach keinen Sinn. Und Lego hatte auch so viel Potenzial verschenkt. Die erste Rebellenbasis auf Yavin 4 und dann ist das so ein 4-Plus-Set in versteckt, bodenlos. Den Captain Rex, My-Wing Starfighter, war direkt am ersten Tag alle weg, die ich hatte. Ist natürlich klar, weil jeder die Captain Rex Minifigur haben möchte. Ist ein bisschen schade, um ehrlich zu sein, aber so hat halt jeder die Möglichkeit, mit Captain Rex spielen zu können. Dann den ATT-E-Walker, 140 Euro, ist auch immer ein solides Set. Der R2-D2 ist natürlich auch interessant, vor allem für die Darth-Malak-Minifigur. Dieses Set, ich bestelle das nach, ich stelle es ins Regal, es ist direkt wieder ausverkauft, weil es einfach so beliebt ist. Gleiches gilt für die Battle-Packs, die gehen auch immer sehr, sehr gut. Alles auf der Seite ist eigentlich sehr gefragt. Dann, ja gut, da ist die Nachfrage so ein bisschen wieder zurückgegangen. Dieses Set läuft immer super, wegen Grogu und Mando in einem Set für 16 Euro. Da kann man echt nichts falsch machen. Dann das neue Battle-Pack, ist auch ganz gut. Genauso wie das Duell zwischen Moff Gideon und Pass Wiesler. Natürlich nicht so gefragt wie der Microfighter von Rex hier, aber dann die Flucht mit dem Barkspeeder. Da bekommt man dann natürlich Kalloran Beck und zwei 500 Erste. Die waren auch, das war auch sehr beliebt bei uns. Hier haben wir dann den Millennium Falcon. Bin ich mal gespannt, wie lange der noch auf dem Markt verfügbar sein wird, weil ja jetzt der neue Dark Millennium Falcon dann irgendwann herauskommen soll, angeblich. Der ist natürlich auch immer gefragt. Dieses Set, frage ich mich, in letzter Zeit ist das Interesse nicht mehr so groß daran, weil es eigentlich fantastisch ist. Drei Minifiguren, allesamt Super-Minifiguren. 35 Euro, ein perfekter Starfighter, wenn man die Stub-Shooter hier oben abmacht. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Tai-Bomb war auch ein solides Set. Yoda's Jedi Starfighter ist tatsächlich bei uns gerade ausverkauft. Ich glaube, das ist, weil die Yoda-Minifigur hier einfach mit dabei ist und weil das die günstigste Möglichkeit ist, an Yoda heranzukommen und der ist halt schon unerlässlich in einer Star-Wars-Sammlung. Ahsoka-Tanos Jedi Shuttle, genauso wie der E-Wing. Das sind zwei Sets, die liefen relativ gut, als die Ahsoka-Serie noch aktuell war. Jetzt interessiert das nicht mehr so viele. Ich bekomme eher Fragen, ob man die Figuren irgendwie einzeln kaufen kann. Kann ich auch verstehen, weil die Figuren, die werden, glaube ich, irgendwann mal richtig selten werden und es sind auch solide Minifiguren. Snapfighter, der Pirat. Ihr habt es gesehen. Ich habe ihn einfach weggeskippt. Er interessiert fast niemanden, komischerweise. Ach, was heißt komischerweise? Es ist eigentlich nachvollziehbar. G-Klasse und SL63. Es ist genauso gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Das war, wir haben jetzt auch schon gestern fast alle verkauft davon, die wir hatten. Wahnsinnig cooles Set. Den Lamborghini, finde ich, der kann nicht so ganz damit mithalten. Der ist jetzt auch noch mal teurer geworden in der OVP. Ist jetzt nicht so meins. Dafür der McLaren und der Mustang. Und natürlich auch der S1 e-tron Quattro von Audi. Die relativ neuen Sachen laufen auch super. Genauso wie das Doppelpack mit dem BMW. Diese Sachen laufen eigentlich relativ gut. Die sind auch ganz nett. In der Technikreihe mal ein bisschen was anderes als immer nur Fahrzeuge. Wobei die Fahrzeuge unterscheiden sich natürlich auch. Aber hier jetzt mal auf dem Mars nach solchen Konzepten eigentlich auch ganz cool. Sonnensystem ist auch immer gefragt. Und der Rover, der läuft tatsächlich gar nicht so gut. Wobei ich den vom Konzept her fast cooler finde als die beiden. Dann die Pullback-Sachen. Bei Kindern natürlich immer beliebt. Und die einzelnen Motorräder. Da muss ich sagen, sind mir diese Motorräder viel lieber als die ganz großen Motorräder für 250 Euro. Weil hier hat man ähnliche Funktionen. Trotzdem noch ein Motorrad und hat ein Drittel vom Preis. Das Ding wird glaube ich auch echt cool werden. Der LKW mit dem Elektrik-Raupen-Bagger. Der hat jetzt hier Pneumatik am Start. Man hat quasi einerseits so ein LKW und dann auch noch den Bagger dazu. Für 200 Euro in so einem Doppelpack. Stelle ich mir ganz cool vor, den dann so darauf fahren zu lassen. Dann fällt er auf die Baustelle. Hebt da was durch die Gegend. Finde ich cool. Diese Sachen laufen eigentlich auch immer ganz gut. Diese kleinen Sets, weil die auch fast immer noch 2-in-1-Modelle mit dabei haben. Genauso wie der Müll-Truck und die John Deere-Sachen. Die sind auch immer sehr, sehr cool. Hier haben wir dann den neuen Porsche GT3 E-Performance. Da ist dann halt in der Mitte so ein neuer Stein drin, mit dem man das alles direkt steuern kann. Die Lenkung und den Antrieb hinten. 170 Euro an sich ist es glaube ich schon cool. Weil der sehr schnell sein könnte. Ich kann mich auch erinnern fairerweise. Ich wollte damals selber immer so ein ähnliches Fahrzeug haben. Das war dann von den Power Functions. Hatte auch in der Mitte so einen Stein drin, weil ich einfach ein Fahrzeug, eine Fahrzeughülle bauen wollte. Und damit durch die Gegend brettern wollte. Das hat aber glaube ich 40 Euro damals gekostet. Das kostet jetzt das Vierfache mehr als das Vierfache davon. Und dass das Konzept einfach nicht funktioniert, das zeigt dieser Audi RS e-Tron. Den hat noch niemand gekauft. Ich wette diese Dinger glaube ich nie loswerden. Bugatti Bolide, Lamborghini, NASCAR. Das sind alles solide Sets. Die verkaufen sich auch eigentlich immer ganz gut. Der Königseck ist natürlich jetzt noch nicht raus, aber von dem erwarte ich ähnliches. Alleine der Lambo hat über 800 Teile dabei. Mit Rabatt unter 50 Euro. Eine solide Sache. Hier geht es dann mit den 18 Plus Sets weiter. Ich hoffe mal, dass sie hier auch, ja sie scheinen wohl alle 18 Plus Sets auch abgebildet zu haben. Der Liebherr Bagger, habe ich einen von. Hat sich in den fast einem Jahr, wo er jetzt heraus ist, noch nie von der Stelle bewegt. Diese Fahrzeuge habe ich mir gar nicht erst angetan. Da habe ich zwar welche von im Lager, falls jemand fragt. Aber es fragt relativ selten jemand danach, weil die einfach so teuer sind. Der AMG, der wird tatsächlich ein paar Mal aus dem Regal auch genommen und angeschaut. Gekauft hat ihn aber noch keiner. Der McLaren, das ist ein solides Set. Dann hier drüben der Eisvogel, super beliebt. Die habe ich leider nicht, die möchte ich aber auch nochmal zukünftig anbieten. Dann diese Fauna Collection, ab und zu ist da auch Interesse dran. Und dann natürlich hier die Botanical Collection, beziehungsweise auch Sachen wie die Piranha-Pflanze, die man so ausstellen kann. Läuft super. Fast alle Botanical Collection Sachen, Sets, sind relativ schnell wieder weg. Was man über Sachen wie hier nicht behaupten kann. Also zumindest den sprechenden Hut. Den habe ich einmal aufgebaut da. Der kommt zwar super im Laden an. Das Interesse danach ist aber jetzt nicht so groß. Ab und zu verkauft man mal einen davon. Aber es ist vor allem der Gag halt da, wenn man dann, wenn die Leute dann fragen, oh, was ist denn das? Ja, das ist der sprechende Hut von Harry Potter. Wollt ihr wissen, in welchem Haus ihr seid? Das macht dann schon immer Spaß, weil die Leute sich auch sehr darüber freuen. Hier haben wir dann das Mos Espa Potraise Diorama. Die anderen Dioramen scheinen hier gar nicht mehr drin zu sein. Die sind aber, glaube ich, noch verfügbar und bestellbar für Händler. Dann hier die beiden Midi-Scale-Sets und auch noch der Ornithopter. Das ist natürlich ein sehr, sehr beliebtes Set gewesen. Während Dune, vor allem auch wegen den Minifiguren. Achso, ja, und hier kann man sich dann die restlichen 18 Plus Sets angucken. Also die Helme und so weiter, die sind natürlich auch immer noch verfügbar. Und damit war es das dann für diesen Lego-Katalog. Ihr findet hier noch mehr Lego-Kataloge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und ciao, ciao.